Feucht-kühle Luft im Westen und feucht-warme bis heiße Luft im Osten sorgten dafür, dass wir in den vergangenen Tagen zum Teil schwere Unwetter hatten. Und das geht jetzt zu Ende. Wir haben teils ein krachendes Unwetter-Finale. Nach einer unruhigen Nacht starten wir im Osten erst einmal wieder mit Sonnenschein. In der Westhälfte haben wir es noch mit teils kräftigen Gewitterregen aus der Nacht zu tun und allgemein mit vielen Wolken. Am höchsten ist die Unwettergefahr noch im Nordwesten. Da ziehen einige Brummer langsam Richtung Schleswig-Holstein und Nordsee. Das sehen wir hier. Und im Laufe des Tages entstehen dann erneut Schauer und Gewitter, die von der Mitte in den Norden und Nordosten ziehen. Das heißt, hier ist das Unwetterrisiko noch mal am höchsten. Gleichzeitig lockert das Gewölk von Südwesten herauf, dort wo wir den gleichmäßigen Regen haben und die tiefhängenden Wolken und seit Tagen ja eher die Tristesse mit Regen. Da kommt endlich mal die Sonne zum Zuge. Heißt, die Gewittergefahr ist im Nordosten, gerade östlich der Elbe, am höchsten. Noch mal mit der Gefahr von Unwettern. Im Südwesten sind wir durch und hier ist es auch relativ kühl oder, sagen wir es mal so, ein bisschen angenehmer als an den vergangenen Tagen. Wir hatten hier teilweise nur 13, 14 Grad tagsüber. Jetzt geht es rauf auf 19 bis 23 Grad. Und dort, wo wir seit Tagen immer wieder die warme, teils auch heiße Luft haben, wird es noch mal warm bis heiß mit 28 bis 33 Grad im äußersten Osten. Und dann sind in den Abendstunden immer noch ein paar Schauer und Gewitter unterwegs, vor allen Dingen im äußersten Osten. Die werden sich aber Stunde um Stunde abschwächen und immer weiter Richtung Polen und auf die Ostsee rausziehen, sowie Richtung Schleswig-Holstein. Im Südwesten, wo wir ja alles andere als verwöhnt waren in der letzten Zeit, zeigt sich die Abendsonne, die Luft ist glasklar und es ist hier auch sehr fotogen für schöne Fotos. Und auf der Niederschlagsvorhersage sehen wir, die Gewitter ziehen ab und da kommt dann auch nichts mehr nach und die nächsten Tage ist es mal ruhiger.